Das Erlebniswochenende des Flughafens Zürich steht vor der Tür. Wir freuen uns auf euch. Das Ziel von heute ist das Erlebniswochenende am Flughafen Zürich. Ausweichflugplatz haben wir Denf. Speziell sonst haben wir nichts. Zum Timing ist es um 2 Uhr. Der Patron-Swiss ist bereit für das Erlebniswochenende vom 1.2. September auf dem Flughafen Zürich. Wir zeigen dir am 1. September unsere präzise und dynamische Vorführung. Neben all den anderen aviatischen Leckerbissen an diesem Wochenende kannst du uns hautnäuch an unserer Autogrammstunde am Samstag nach unserer Vorführung kennenlernen. Wir freuen uns auf euch.